Ringfrei Runde 1 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Runde Ecke Juri Subkov. Runde 2. Runde 2. Runde 3. Armin, 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 Armin! Armin, 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 Armin! Meine Damen und Herren, ich würde zur Briefpause kommen Ihnen den Kämpfer in der blauen Ecke vorzustellen. Er bestreitet heute jedenfalls seinen zweiten Gang bei einem Sieg in dem ersten Gang. Er bot für den Boxsportdruck Hagen Haspel, meine Damen und Herren in der blauen Ecke, Hamid Haiso! Und für den nächsten Kampf bitte vorbereiten Armin, 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 Armin und Sohan Künest. Ringfrei Runde 3. Anne, Armin, Armin, Armin! Nein, Armin, 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 sohanich! V пере conscient, man sudden enth Bhag theme MACHE Aber precip Και Nein, nein, nein! Finde an den Körn! Halt es! 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 Halt es!